Ich sitze heute in meinem Review-Sessel, das heißt, ich rede heute ein bisschen über Filme, die ich zuletzt gesehen habe, erzähle so ein bisschen was über die Edition, die Veröffentlichung, Preis-Leistung, wie ich den ganzen Film so fand. Vielleicht bewahre ich euch ja vor Fehlkäufen, vielleicht empfehle ich euch ja was. I don't know, das Ganze wird so ein bisschen Smalltalk. Ja, quasi Ephraims Filmstunde. Viel Spaß dabei. Hallo Freunde des guten Geschmacks. Aktuell ist es ja echt so ein bisschen gruselig, man kann nicht so richtig raus, beziehungsweise ich darf sogar tatsächlich nicht raus, ich sitze in Quarantäne, ich bin zwar nicht krank, aber in meinem Umfeld gab es direkte Fälle, das heißt, ich bin zu Hause im Jahr mehr oder weniger eingesperrt und muss die Zeit irgendwie sinnvoll nutzen und das tue ich mit Filme gucken und darüber reden. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir starten einfach mal direkt mit dem ersten Film. Der erste Film, den ich gesehen habe, ist Bube, Dame, König Gras. Ist gar nicht so aktuell, gibt es schon länger draußen. Ich habe tatsächlich die Blu-Ray mir gebraucht gekauft, hat nur ein paar Euro gekostet, scheint aber wohl so, dass die Blu-Ray nach und nach ausverkauft sein sollte. Also auch das Stilbuch wird so ein bisschen rarer. Ich weiß nicht, ob eine Neuauflage kommen wird, kann ich mir durchaus vorstellen, denn aktuell ist ja Guy Ritchie's The Gentleman im Kino gewesen. Den habe ich gesehen, den fand ich sehr gut. 9, vielleicht sogar 10 von 10 Punkte kriegt er von mir. Und infolgedessen wollte ich eben die ersten Guy Ritchie Filme nochmal sehen, Snatch und Bube, Dame, König Gras, die ich auch beide jetzt gesehen habe. Snatch bekommt von mir 8 von 10 Punkte und Bube, Dame, König Gras, fand ich ein bisschen schlechter. Der bekommt definitiv nicht mehr als 7 von 10 Punkte. Ist halt eine coole Geschichte, ist ganz nett umgesetzt. Mir hat aber der Filter und der Look nicht so gut gefallen. Auch generell, das Bild rauscht echt böse. War mir ein bisschen zu zäh, ein bisschen zu lang. Manche Witze waren ein bisschen zu drüber. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er noch nicht so ganz warm ist mit seiner Erzählweise. Im Großen und Ganzen, netter Film, kann man sich angucken, solltet ihr die Blu-Ray sehen für ein paar Euro, schnappt sie euch. Denn meine Prognose wird sein, dass diese Verpflichtung auf jeden Fall auf lang oder kurz ausverkauft sein wird. Ansonsten bleibt nur noch dazu zu sagen, es gibt ein Wende-Cover und wie gesagt, der Film ist schon ein bisschen älter, kann man auf jeden Fall sehen, ist aber kein Film, den man gesehen haben muss, so wie zum Beispiel Snatch. Der nächste Film ist Josefino Mutzenbacher. Ja, was soll ich sagen, die FSK 16 hätte mich stutzig machen sollen. Im Großen und Ganzen war das nichts. Also vorweg sei gesagt, ich mag sleesige 70er, 80er Jahre Sex-Klamauk-Filme. Ich mag die Dialoge, ich mag die Ideen, ich mag den Soundtrack häufig. Auch die Synchro finde ich richtig cool. Also mir gefällt das wirklich von vorne bis hinten. Hier war irgendwie einfach alles Müll. Also wirklich alles. Story ist schlecht, Sex war schlecht. Es ist eine Klamauk-Komödie mit Sex, ohne Klamauk und ohne Sex. Also das war einfach von vorne bis hinten gar nichts. Es gab zwei gute Szenen, die mir wirklich gut gefallen haben von der Umsetzung. Ansonsten war das einfach von vorne bis hinten nichts. Also definitiv Totalausfall. Zwei von zehn Punkten gibt es hier nur. Das Cover hat auch noch einen Druckfehler drauf. Also hier ist ein DVD-Logo drauf, obwohl es ein Blu-Ray abgebildet ist. Und das Ganze für eine, ja ich glaube fast 20 oder sogar 25 Euro Veröffentlichung. Schon sehr mager. Ja, müsst ihr euch, also solltet ihr euch definitiv, braucht ihr euch nicht angucken. Definitiv. Systemsprenger habe ich mir angeguckt. Gibt es aktuell auch auf Netflix. Da habe ich ihn auch gesehen, deswegen ist die Verpackung noch zu. Ist ein sehr guter deutscher Film. Geht um ein Mädchen, was in einem Heim lebt und nicht betreut werden kann. Also das System tatsächlich sprengt. Und ich selber habe im Heim gearbeitet und kann bestätigen, dass alles, was man hier sieht, genauso stattfindet, beziehungsweise stattfinden kann. Das ist nichts komplett dargestellt. Das Ende. Okay, das Ende lassen wir mal kurz außen vor. Das hat mir persönlich auch nicht ganz 100% gut gefallen und wirkt ein bisschen abgehakt. Aber ansonsten sehr, sehr guter Film. Sehr gut gespielt. Also die Schauspieler machen ihre Rolle richtig, richtig gut. Es ist sehr hart, sich das anzugucken. Es ist kein Film, wo man die ganze Zeit ein Kloß im Hals hat, wo man denkt, oh nein, ich kann mir das nicht angucken. Er ist schon deutlich unterhaltsamer, sage ich mal. Es ist ein wirklich guter deutscher Film mit guten Schauspielern, guten Soundtrack und der mir richtig gut gefallen hat, der auch wichtig ist, weil man einfach sieht, ja wie unnötig häufig das ist, was passiert. Also dass ein Kind wirklich, ja, alles austragen muss, was eben die Stadt und was die Eltern und was die Ämter verkacken. Und es ist einfach wirklich hart und wichtig. Also ganz klare 8 von 10 Punkten. Der nächste Film ist The Beast. Es ist ein sehr aktueller Film von Konstantin Film und das Ganze ist ein Psychothriller aus Korea. Ich dachte erst tatsächlich von dem Cover, das wäre irgendwie ein Action-Klopper, also ein Martial-Arts-Film, weil die Charaktere irgendwie so, ja, bizarr aussehen. Ist es aber überhaupt nicht, also hat mich ein bisschen auf eine falsche Fährte gelockt. In dem Film jagt die Polizei ein Killer, der ein Mädchen umgebracht hat. Körperteile wurden dem Mädchen abgetrennt und ein ganz schlimmer Fall und die ganze Polizei ermittelt und es kommt dann auch intern zu Reibereien und, und, und. Also es ist ein echt spannender Film auf 133 Minuten mit einer sehr, sehr typischen asiatischen Erzählweise, würde ich sagen. Es ist sehr hart, sehr kalt, sehr düster, auch ein bisschen langsam. Ja, sehr hart einfach das Ganze. Es gibt auch eine echt richtig coole Massenschlägerei-Szene. Also das Ganze ist schon irgendwie unterhaltsam, wenn man asiatische Filme mag. Im Stile von, ja, tatsächlich so I Saw The Devil oder Chaser, das sind so Filme, die ich nennen würde, fand ich beide besser als eben The Beast, aber so in die Richtung geht der Film. Generell muss ich sagen, ich fand den Film ganz gut, aber ein bisschen sperrig. Ich hatte nicht so den Zugang dazu und subjektiv hat er mir einfach nicht so gut gefallen. Ich kann nicht sagen, woran es lag. Irgendwie ist der Funke nicht übergesprungen, aber ich glaube, dass es viele Leute gibt, die gerade mit dem asiatischen Kino was anfangen können, die sagen, das ist ein richtig, richtig guter Film und ich für meinen Teil gebe dem Film auch trotzdem immer noch 7 von 10 Punkten, also kein Ausfall. Kann man auf jeden Fall gucken und ich würde sagen, wenn ihr asiatische Filme mögt, macht euch selber ein Bild. Ist auf jeden Fall zu empfehlen, hat ein Wende-Cover, ist ganz aktuell von Konstantin Film raus und ja, gutes Teil. Der letzte Film, den ich euch vorstellen möchte, ist Scary Stories to Tell in the Dark. Ich muss sagen, ich war bei dem ersten Trailer oder Teaser, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es ist, richtig hin und weg. Das sah richtig atmosphärisch aus, es sah gruselig aus, es sah aus, als würde der Film wirklich mit den engsten Spielen der Zuschauer und der Protagonisten und tatsächlich soll er das auch tun. Also in dem Film ist es so, dass drei Jugendliche ein Buch finden und in dem Buch sind Horrorgeschichten drinne und das Buch schreibt selber Horrorgeschichten und das, was dann passiert, tritt dann irgendwie mit dem Protagonisten selber ein. Ganz grob zusammengefasst. Und es findet immer das statt, wovor die Jugendlichen am meisten Angst haben. Also der persönliche Albtraum findet statt und irgendwie ist das Ganze aber nur immer so angeschnitten. Also es wirkt super austauschbar, es ist super belanglos und ganz ehrlich, es kommt keine Atmosphäre auf. Es ist nicht einmal gruselig, es ist nicht blutig, es ist nicht spannend, es ist nicht erschreckend, also ich habe mich bei keinem Jumpscare erschreckt, beziehungsweise es gibt, glaube ich, nicht mal einen Jumpscare. Und zu guter Letzt sind die CGI-Effekte auch noch echt scheiße. Also, boah, das hat mir gar nicht gut gefallen. Es gibt so coole Einfälle und Ideen und es ist dann einfach so kacke umgesetzt. Das war für mich tatsächlich echt ein bisschen enttäuschend. Also das Atmosphäre stand im Film, ist tatsächlich das Cover, was mir echt richtig gut gefällt. Auch ohne FSK-Logo, also gibt wieder ein Wendekover. Ich würde sagen, wenn ihr irgendwann mal einen Pyjama-Abend macht und wollt unbedingt euren neunjährigen Bruder erschrecken, legt den Film ein, sonst funktioniert der meiner Meinung nach nicht. Es ist tatsächlich ein Film für ein jüngeres Publikum, wirkt wie eine spannende Folge Gänsehaut auf Spielfilm-Länge. Sofern gebe ich dem Film leider nur 5, maximal 6, aber Tendenz definitiv zu 5 von 10 Punkten. Das waren aktuell meine Filme, die ich gesehen habe. Wenn ihr jetzt sagt, ey, Efraim, guckt dir doch mal Film XY an, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren, weil ich kann ja jetzt aktuell ein paar Sachen gucken und nachholen und dann habe ich auch definitiv was zu erzählen. Zu guter Letzt möchte ich euch noch was Kleines zeigen. Ich habe dank einer Facebook-Gruppe, und zwar die Film-Junkies-Gruppe, ein Megaschnäppchen gefunden, und zwar diese VHS-Edition für je 10 Euro das Stück. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, VHS-Editionen kommen mir nicht mehr ins Haus, außer sie fallen deutlich im Preis und 10 Euro ist im Preis, da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Und Hand aufs Herz, wer von euch hätte bei 10 Euro die Teile wirklich stehen gelassen? Also Jurassic Park, Top Gun, Robocop, ET, Alien 1 und 2 sind hier mit dabei und werden im Monats-Update auch nochmal näher beleuchtet, aber wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Danke an dieser Stelle auch an Eugen und sagt mir doch gerne mal, wie ihr die generell, steht ihr auf Tape-Editions? Und wenn ja, hättet ihr euch die auch geholt, hättet ihr euch die nicht geholt? Bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. An dieser Stelle bleibt sonst noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund, wascht eure Hände und wir sehen uns sicherlich beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Hände undторы und Untertitelung des ZDF für funk, 2017